so der herbst ist gekommen herzlich willkommen auf meinem kanal heute möchte ich meinen d40 deutsch vorstellen weil es ist herbst geworden und was machen wir müssen holz machen wir werden ihn erwecken aus dem dornröschenschlaf das ganz schön eingestaubte bursche da bin ich mal gespannt ob er überhaupt noch anspringt er stand jetzt ganze jahr so ein staub so ein staub auf ihn der arme kerl komm das meiste mal auf man bist du staub ich zugehörst einmal gewaschen stadt schauen was das mittler sagt ob sie überhaupt anspringen will da auch wieder da bestimmt gut vorgläu ja da kann man gewaschen oder zumindest ausgeblasen jetzt schauen wir mal was macht es mittel und springen oder nicht nach über zehn monate so jetzt werden wir das mittler mal ein wenig sauber machen ja auch sieht wie er sieht aussieht wenn er sauber ist schmutzig 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 ist der bursche aber bald ist er sauber das mache ich einmal sauber dann sehen wir uns wieder so jetzt ist es wieder sauber wenn wir uns anhängmal wechseln schön sauber bis wieder wunderbar bis wieder sauber jetzt können wir rein fahren schmeißen wir dich an schmeißen wir dich an dann können wir morgen holz sägen gehen morgen ist holz sägen angesagt wunderbar 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 jetzt wechseln wir das da noch so kriegt er jetzt mal an das hänge mal das normale anhänger weg weil wenn der holz sägen geht wenn der holz sägen geht kann man anders so wie das baut und hier ein ganz tolles hänge maul da kann ich den hänger mitnehmen die kreissäge alles was ich brauche kann ich damit nehmen das ist das spezial anhänger im maul von mir entwickelt also schon schwer das kommt dann rein so das machen wir das kann jetzt einfach na gut aber fisch und dann wie es weiter ran und fisch und so dann fisch alles ich bin der ein Zack, zack, da kommen wir die Speziale da. So, dann brauchen wir hier noch den Bolzen rein. So, das ist die Spezialkonstruktion. Jetzt pass auf, jetzt zeige ich euch das. Jetzt kann ich da die Kreissäge ran machen und hinter die Kreissäge kommt mein Anhänger. Das zeige ich euch dann morgen oder übermorgen. Wenn das Wetter passt, dann machen wir das nochmal. Also das war der Dauerläufer, der D40. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir ein Abo geben. Was heißt, wenn ihr Lust habt, gebt mir halt ein Abo. Daumen hoch, aus die Maus. Also, dann sehen wir uns morgen in aller Frische. Euer Matze. Bis morgen zum Holz sägen. Oder übermorgen. Mal sehen, was Wetter macht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal.